Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Storyguide für Storyteller. Heute machen wir die neunte Teufelsaufgabe in Kapitel 13 Gordo. Hier müssen alle sterben, dafür hackt er einmal am Baum, tötet Hesley, dann wächst, dann wird gewartet, beziehungsweise der Teufel gießt einmal die Pflanze, gießt sie ein zweites Mal und hackt sie nochmal ab, um zum Schluss nochmal Winsley zu töten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, tschömmelü!